Bayern gilt im Vergleich zu anderen Bundesländern als relativ sicher, insbesondere was Wohnungseinbrüche betrifft. Nun hat der bayerische Justizminister die Strafverfolgungsstatistik für Bayern für das Jahr 2016 vorgestellt. Darin heißt es, dass in Bayern 2016 287 Einbrecher verurteilt wurden. Von diesen 287 verurteilten Einbrechern waren fast zwei Drittel, nämlich 64,5 Prozent, Ausländer. Soweit die offizielle Statistik 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 Statistik